Es gibt zu viele Heuschelei und Theater im Leben der Christen. Nichts schadet unserem Zeugnis mehr als das Vortäuschen von Dingen, die nicht wirklich vorhanden sind. Denn die Welt durchschaut die Masken unweigerlich und erkennt das wahre Gesicht. Lasst uns wahre Christen sein, wahre Nachfolger Jesus, damit Menschen das Licht Gottes in uns sehen. Denn die Welt braucht diese lebendige Wahrheit und keine Masken. Der Herr segne euch, behüte euch und bewahre euch in Jesu mächtigen Namen. Amen.